Ihr lieben Souls-like Freunde meines Kanals, Wulong, Fallen Dynasty, das neue Spiel von Kuai Tecmo und Team Ninja, dem Machern von Nioh 1 und 2 ist da und das zweite Spiel von Kuai Tecmo zeitgleich bei mir auf dem Kanal. Ihr lieben Freunde, ich bin super gespannt, deswegen starten wir gleich rein. Souls-like Action, diesmal mit chinesischer Mythologie, nicht mit japanischer. Elixir The Secret of the Eternal Path, a prize sought by the Sovereigns of old. Among them was the first Emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The Elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflicts and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. The Elixir The Elixir The Elixir The Elixir The Elixir Bring prosperity for all. Bring prosperity for all! Probe Milchysi Mal split O.C. 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 o O.C. O.C. Vielen Dank. Ich bin glücklich, dass du von deinen Schmerzen erhielst. Ich habe dich gefunden, Behrer des Eternals Elixir-Fields. Mensch, das geht ja hier alles Schlag auf Schlag. Jetzt sind wir auch schon in der Charaktererstellung. Sehr, sehr blutig, das Ganze. Basisfigur, Typ 1, Typ 2. Ach so, ja, Typ 1, Typ 2 ist männlich-weiblich. Aussehen gibt es noch ein paar Vorlagen. Personalpronomen, männlich-weiblich, andere. Ach, das finde ich ja cool, dass das jetzt hier so ist. Ah ja, cool. Stellung. Sieht ja ganz gut aus. Das ist übrigens, läuft wunderbar flüssig hier in 2K, wenn wir bedenken, Wild Hearts auf der anderen Seite. Ist natürlich nicht entwickelt von Quiet Tecmo, ist nur sozusagen von denen mit gepublished. So, weil entwickelt wird, dass ja eher von einem anderen Studio, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Doch, Omega Force, das ist die, die Dynasty Warriors normalerweise machen. Aber hier arbeitet wiederum Team Ninja dran. Und Team Ninja, die sind ja bekannt für Neo. So, ja, Gesicht-Haut-Typ. Körperhaut-Typ. Ja, kann schon so ein bisschen mitgenommen aussehen. Wir sind ja so ein ziemlicher Kampfheld. Gesicht, da könnten wir jetzt alles anpassen. Äh, bin ich aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust. Lieber die Haare. Äh, Frisur. Basis-Haare. Oh, ja, oh, da gibt es echt schöne Sachen. Gibt es echt schöne Sachen. Ähm. Ja, Charaktererstellung, ne, ist ja immer so das Wichtigste. Wobei, ich finde bei vielen Gästen... Wow, das ist natürlich schon witzig. Das ist schon super witzig. Überleg, ob ich, glaube ich, das sogar nehme. Weiß ich nicht, ist doch irgendwie lustig, oder? Das war so eine Mega-Friese. Ah, ich weiß nicht. Äh, Basis-Haare. Ansonsten hätten wir ja auch noch hier so... Ah, das ist schon wieder alles, alles so, so übelster Standard teilweise. Also, wie ich mich halt entscheide, ist dann immer so diese Standard-Variante. Deswegen... Also, eigentlich so ein bisschen pülleres Haar. Ist ja eigentlich gar nicht mal so übel. Ähm, wir gucken mal noch ein bisschen. Äh, hier so offen. Also, am meisten spricht mich tatsächlich, äh, dieses Haar an. Ich glaube, das nehme ich jetzt einfach auch. Weiß ich, das ist irgendwie total witzig. Haben wir uns noch ein Pony dran? Das ist... Oh, das ist ja cool. Also, das ist schon echt geil. Das ist schon echt cool, so. Äh, so ein bisschen aus wie, wie Song, wie Song Goku. Finde ich so ein bisschen. Horizontal spiegeln? Okay, geht nicht. Schade. Haar-Farbe. Ja, könnte man jetzt auch noch einstellen. Strähnchen-Farbe. Machen wir aber nicht Haar-Spitzen. Locken. Oh Gott, kann man doch alles hier richtig, äh, lockig machen. Okay, okay, okay. Bart. Äh, Bart-Farbe ist klar. Voreinstellung. Nee, ich will, ich will halt der Charakter. Also, ganz Bartlos will ich auch nicht erscheinen. Okay, also, man kann hier wirklich, wirklich schöne Kombinationen machen. Vielleicht kann man das ja später alles noch anpassen. Schminke. Ja, könnten wir uns jetzt machen. Körper. Ja, könnten wir auch noch anpassen. Ist mir aber, ehrlicherweise, also, wahrscheinlich, ja, also, klar, kann man natürlich wieder, ähm, übelst die Charaktere bauen. Wobei, ich weiß immer nicht, ob das dann auch alles dann so weit geht, wie wir das, oh, hier richtig ausgeprägte Muckis, ey. Äh, wie wir das dann hier ausspielen, wie es, ähm, wie Elden Ring oder so kennt. Stimme. Passt am besten. Abschließen. Yes. Finally. After all this time. My wish has been fulfilled. Wieso hat der eine Waffe und ich nicht? Wow. I'm sure it will prove useful. It's a medicine created from refined cheap. With it, you have to kill most wounds. Okay. Geht ja schon mal gut ab hier. Also, die Art und Weise, wie ich hier Schwert kämpfe, ist schon mal ziemlich geil. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Item. Okay, anvisieren. Normaler Angriff, Willensangriff. Ein normaler Angriff ist schnell, kann leichter den Willen erhöhen. Willensangriff ist langsamer, verursacht aber höherem Willensschaden, der die Willensanzeige des Gegners verringern kann. Außerdem kannst du bei hohem Willen den Überfluss einsetzen, um deinen Schaden zu erhöhen. Aha, okay. Okay, man kann hier über Wände drüber springen. Alles klar, also man kann ja springen können wir hier. Aber hier liegt ja ein Item, wie gesagt. So, äh, lass mich mal eine Sache schnell anpassen. Splitter Waren, please. Ich weiß gar nicht, ob das hier wirklich jetzt ein Souls Game ist, oder ob es nicht vielleicht ein Spiel ist, das sogar ein bisschen leichter ist. Also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt hier nochmal ein Souls Game gemacht haben. Kann man hier so drüber springen? Scheiße! The chaos in this world. Oh, das läuft aber von der Performance her ziemlich fresh auf dem PC. Ah, jetzt kann ich noch blocken. Blocken, direkt vor einem gegnerischen Angriff. Ausweichen, schnell drücken. Ah ja, und Angriff umlenken. Ah ja, ich sehe schon. Hui! Ist definitiv ein Souls Game, so schnell wie ich jetzt hier gerade gestorben bin. Hab ja nur einen Treffer kassiert. Ah ja, die Moralpunkte, die ich verloren hab, wiederbekommen. Ich hab ja nur einen Treffer kassiert. Oh! Schön den Angriff umgelenkt. Genau, und der Typ da vorne hat meine Moral. Krache erfolgreich. Ah, der Kantenmaler war hier immerhin mit unterwegs. Ah ja. Sehr schön, okay. Wo muss ich jetzt lang? Ah. Okay, der hat natürlich jetzt eine höhere Moral hier. Ja, der haut dann auch ein bisschen her dazu hier. Oh ja, danke, dass du jetzt das Menü einblendest. Drei von denen. Oh, ein Vierer sogar. Okay, also Moral macht auch so ein bisschen aus, wie viel Damage dann Gegner machen. Kann ich ihre Moral irgendwie senken? Ein Bandit der gelben Turba, ne? Fragment wahres Keep. Ich muss sagen, grafisch jetzt kein Highlight. Sieht so ein bisschen aus, halt wie auch schon Nioh 2 aussah. Standarte mal aufgestellt. Ja, Standhaftigkeit erhöht sich und ich kann Stufenaufstieg machen. Äh, Holzkraft, Feuer, Erd, Metall, Akupunktur, ähm, ja, Gesundheit, 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 Blocken, Angriff, Willensverteidigung, Zauberdauer, Willenszauber, Heimlichkeit blocken. Ah, nehmen wir mal das jetzt hier, ne? Okay, Notiz eines Banditen der gelben Turba, ne? Ne, das ist es nicht. Titel, Status, Inventar. Enzyklopädie, Chroniken der drei Reiche. Das ist die zweite, in der wir hier spielen. Ist es dann bei Inventar? In einem kleinen Schrein in einem Bergdorf gefundene Tafel, sie scheint von einem Banditen der gelben Turbane verfasst worden zu sein. Die untere Hälfte fehlt. Der azurene Himmel ist tot. Der gelbe Himmel muss sich erheben. Im Jahr der hölzernen Ratte soll es Wohlstand für alle geben. Der große Waisenmentor erleuchtet uns alle. Und den gelben Himmel herbeizuführen, um den gelben Himmel herbeizuführen, müssen Opfer gebracht werden. So viele wir können. So viele wir können. Äh, Kleidung können wir anlegen. Ausrüsten. So. Ja, ich bin einer von euch. Ich gehöre auch zu den gelben Turban. Mein ich. We must tread carefully. Okay. Schuhe. Ähm, erstmal die Schuhe benutzen, ne? Ja, hab ich immer noch meinen Ringknaufsäbel hier. Na gut. Muss ich dagegen jetzt kämpfen? Hm? Ich würde jetzt eher so eigentlich drum herumlaufen. Weil der sieht dann doch ein bisschen böse aus. So mit Moral 15 und ich hab Moral 2. Okay, sehr gut. Er greift mich nicht automatisch an. Ja, diese wunderbare Truhe hier. Oh, Beinschienen des Generalleutnants. Ja, mach mich sogar noch ein bisschen stärker. Nö, 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 nö. Wir kämpfen nicht gegen das Ding. Ich flüchte hier auf die Dächer. Ich flüchte hier auf die Dächer. Wow. Wow, das war jetzt wirklich ne vernichtende Niederlage. Das war wirklich vernichtend. Aber ich hab ja hier... 16 sogar jetzt, Moral. Müssen wir gegen den jetzt da kämpfen und den besiegen? Ist es jetzt sozusagen dann der Skilltest? Oder kann ich hier auch einfach hier oben weiterlaufen? Ah, warte mal. Hier, von hier aus kam ich doch. Oh mein Gott. Hier gab es wirklich sehr viel sinnlose Gewalt. Oh, eine neue Waffe. Äh, R2 und dann so. Okay. Waren wir hier schon mal? Oh Gott. Ja, wir müssen den da besiegen. Wow, Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Alter, weg den Tiger in dir. Also ich muss halt so ein bisschen auf die draufboxen hier. Um halt dann diese Moral... Angriffe zu machen. Und halt super schnell ausweichen. Aber ich glaube, ich muss den da auf jeden Fall besiegen. Ist der jetzt wenigstens Moral 17? Nee. Okay. Okay. So. Okay. 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 Oh Gott. Das sieht schon nach einem sehr, sehr spannenden Spiel aus. Oh Gott. Okay, also diese Spezialangriffe sind schon ziemlich nice. Aber man möchte die auch bitte richtig treffen. Aber wir machen das jetzt noch eine Weile. Okay. Okay. Also man muss halt wirklich schauen, dass man seine Leiste unten voll kriegt. Und dann halt diese super Sonder, diese super, super... Er ist halt schon echt hart. Wie schnell dieser... Also ich weiß nicht, müssen wir den jetzt wirklich bekämpfen? Weil der ist schon... Das ist schon eine andere Hausnummer. Ich meine, der haupt mich dreimal und ich bin tot. Ich meine, ja, Tutorial-Bosse, aber das ist ja schon kein Boss. Das ist ja... Ah ja, der ist schon... Der ist schon ziemlich der Boss, der Typ. Ah, der ist schon echt der, der Boss. Ja, komm, das kann doch hier nicht... Das kann doch jetzt hier nicht... Äh, das kann doch jetzt hier nicht der Gegner sein. Also... Der erlaubt ja gar nichts. Also wirklich eine... Ein... Ein Fehltritt. Ne, weil bei dem hier kann ich das hier machen. Und dann den. Äh, aber der andere, da ging ja mal gar nichts. Also der... Der trifft mich halt sofort, ne. Deswegen, der muss ja mal schauen. Irgendwo muss es ja hier weitergehen. So, da kommen wir ja dann zu den anderen Udis rüber. Bringt eigentlich hier Blocken was? Trinkt Blocken was? Ich weiß halt nicht mal, ob wir den da überhaupt besiegen müssen. Das weiß ich ja schon gar nicht. Aber es ist halt krass, wie gleich der erste Gegner mich hier praktisch... Warte mal, da hinten ist ein... Ah, wartet mal. Aha, aha, aha. Was haben wir denn hier? Guckt mal noch einer mal hier schauen. Oh ja, 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 ja. Aha. Jetzt klingt jemand schon Standhaftigkeit 4. Guck mal, es sieht doch schon viel besser aus. Das heißt, ich muss erstmal mich in dem Gebiet so ein bisschen nach oben campen, um dann überhaupt eine höhere Standhaftigkeit zu haben, um dann überhaupt gegen so Typen wie den Tiger da richtig auszuteilen. Ah, das dachte ich mir schon fast. Ah, da oben kann ich... Komme ich da nochmal hoch? Ja, also wie gesagt, ich glaube, es war nicht Kampfkünste. Genau, habe ich hier schon, genau, R1. Gibt es nur die beiden Tasten. Okay. Oh, jetzt bin ich schon auf 7. Okay. Ich glaube, dann habe ich gleich eine bessere Chance gegen den Tiger da unten. Also Standhaftigkeit macht hier wirklich viel aus im Spiel. Aber... Okay, gut, dass die anderen mich jetzt einfach nicht gesehen haben. Also Standhaftigkeitsrang ist auf 7. Splitter, wahres Key. Okay. Okay, das ist hier der... Oh Gott, sollte nicht zu leichtfertig sein. Ah, sehr gut. Puh. Aber Ausruhen ist hier dann echt mal eine ganz geile Idee. Wow, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also krass was ganz anderes, als wir das... Also ich muss meinen Rang erhöhen, damit ich auch besser einfach gegen höher... Also ich muss ein bisschen strategisch in dem Gebiet nach vorne arbeiten, um überhaupt gegen die stärkeren Gegner überhaupt Bestand zu haben. Ausrüstungsgewicht, bestimmt später nicht schlecht. Ähm, ich gehe erstmal hier weiter auf 3. So. Und dann bin ich jetzt... Na, bin noch 10. Oh Gott, Bosskampf, Leute. Bosskampf, Bosskampf. Na wunderbar, gleich Bosskampf hier. Oh Gott, Bosskampf, Bosskampf, Bosskampf. Na, das habt ihr bekommen. So fertig. Wenn das so schwer wissen. Ja 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 ja. Oh Gott. Ja 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 ja. General der Menschheit? Äh, warte mal, ich hab ja noch ein Item bekommen. Ah, das war Generalleutnant schon das bessere Item. Da nochmal was besseres und boah, das ist glaube ich eigentlich Wurst. You'll be begging me to smear you! I shall protect you from further harm. Ich frage mich, kann ich eigentlich auch nochmal zu einem alten Punkt zurückreisen? Weil ich würde jetzt ganz gerne mal hier noch reisen. Achso, die Grundausbildung kann ich jetzt hier nochmal machen. Ah, okay. Schade. Kampfvorbereitungen. Gottes Best hier hab ich noch nichts. Na gut. Kann man die andere Waffe ausprobieren. Ob das Schwert hier besser funktioniert. Ich frage mich noch. Spare you! The flow of chi is changing. Be ready for anything! Okay, es geht mit der Waffe deutlich besser. Puh, da war schon deutschland. Also das Kampfsystem ist halt ziemlich cool. Es basiert halt sehr viel auf blocken, zuschlagen, also so ausweichend, zuschlagen, ausweichend, zuschlagen. Es ist schon ziemlich geil. Muss man sagen. Es ist schon ein sehr, sehr geiles Kampfsystem. Also wichtig sind, müssen ich halt erstmal so ein bisschen, so ein bisschen kaputt kämpfen. Dass er halt wirklich dann offen wird für... Um seine Leiste da auch viel schön zu füllen. Was? 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 Ah, außerdem die Waffe gewechselt. Also ich muss da wirklich richtig draufhauen, 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 draufhauen. Also ich darf ihn halt einfach keine Luft zum Atmen lassen. Und da mache ich auch den nötigen Damage. Und ich muss halt seine Leiste unten am besten füllen, das ist das Wichtigste. Und da... , was, war das auch? Ich interactive. Mach 1 war P. So, haha, wie geil, Leute, geiles Kampfsystem, das macht richtig Spaß. Oh nein. Oh nein, zweite Phase. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, ich ziehe jetzt nicht mal mehr an. Ja, lol. Wow, okay, Leute. Ich dachte, jetzt haben wir ihn voll fertig gemacht und dann das. So, ich habe den jetzt eine Weile ausprobiert und ich glaube, hier mit der Waffe geht es am besten. Mit der Stangenwaffe, deswegen packen wir die andere jetzt auch einfach weg. Und zwar müssen wir die ganze Zeit immer diese Attacke machen. Das können wir aber ungefähr dreimal, naja, viermal können wir das, danach müssen wir normal angreifen, damit sich unten meine orangene Leiste wieder entladen kann. Also drei ist eigentlich immer so ideal, dreimal diesen Angriff durchziehen und dann kriegt man ihn relativ schnell in Phase. Man muss halt wirklich seinen geladenen Angriffen ausweichen, auch in der zweiten Phase. Und dann ist es eigentlich, ist es eigentlich machbar. Aber für einen Tutorial-Boss super hart. So, eins, zwei. Man staggert ihn halt damit, ne? Und den, dem Angriff idealerweise, ja, wunderbares Beispiel dafür, wie man es eigentlich nicht macht. Ja, vergess das mal, das war ein scheiß, war ein scheiß Try. Ja, ich hätte einmal mindestens seinem geladenen Angriff ausweichen müssen. Problem ist, man macht natürlich mit der Lanze jetzt nicht ganz so viel Schaden, weil man halt relativ schnell seine Leiste so füllt. Deswegen macht man nicht ganz so viel Schaden. Man muss also fast schon drei geladene Angriffe in der ersten Phase durchbekommen, anstatt mit dem Säbel nur zwei. Aber dafür ist es, dass die Variante, bei der man doch bis auf die geladenen Angriffe eigentlich recht gut durchkommt, ne? Einmal noch als normale Angriffe. Ja, 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 ja. Ne, wie ihr seht. Der kommt teilweise gar nicht dazu, irgendwas zu machen hier. Jetzt kommt Phase 2, und die wird natürlich viel härter. Ja, 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 ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Es lief echt gut, so die erste Hälfte danach, habe ich mich halt zu hart baiten lassen. Aber ihr seht zumindest, dass diese Variante recht gut funktioniert für die erste Phase. Oft kommt er nicht mal mehr dazu, seinen geladenen Angriff zu machen, weil wir ihn halt so durchstaggern. Ja, ich habe jetzt zu viel, ich brauche halt die Heilung für die zweite Phase. Ich brauche halt die Heilung für die zweite Phase. Deswegen, in der ersten Phase darf ich nie, also einmal heilen, das wäre okay. Du bist so���iging me. Du bist sohär, ich bin ja immer für dich. Du bist sohär. Der Ball ist nicht alle. Du bist denn, sonst warst du. Du bist sohär. Das ist alles. Du bist sohär. Du bist sohär. Das war's für heute. so WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Ja! Untertitelung. BR 2018 Habe ich ihn? Habe ich ihn jetzt? Ich weiß es nicht. Habe ich ihn nicht. Du hast sehr gut gewonnen. Jetzt ist der Stadt sa... Bei meiner Hand. Warum bist du... Du werde sterben! Ying Long. Jetzt aber nicht Phase 3, oder? Okay, was war das jetzt? Hat der mir jetzt meinen Talisman geklaut? Ich will meinen Talisman zurück. Ich will meinen Talisman zurück. Ich will meinen Talisman zurück. Ich kann nicht, dass du sterben kannst. Ich kann nicht, dass du sterben kannst. Wulong, Fallen Dynasty. Ui, Beinschienen des Generals der Menschheit. Genau, das ist ja der Typ, den wir da fertig gemacht haben. Der General der Menschheit. Naja. Ja, diese Ausrüstung verfügt über einen Set-Bonus. Ein Set-Bonus ist eine Auswahl an Spezialeffekten, die durch Ausrüsten von mehreren Ausrüstungsteilen des gleichen Sets du erhältst. Je mehr Gegenstände du ausrüstest, desto mehr Spezialeffekte erhältst du. Oh ja, jetzt kriege ich hier seinen Knüppel des Polarsterns. Spezialeffekte gleitender Fels und Stein zerschmetterer erfahre ich auch. Boah, hier wieder drei Sterne episch. Ja, das ist das Coole bei den Spielen von Team Ninja, dass man da auch immer so diesen Itemization-Fokus mit drin hat. So ähnlich eben wie bei Spielen wie Diablo. Kopptuch oder Helm des geduckten Drachen. Ich nehme den Helm des geduckten Drachen. Hey, unter das Kopftuch. Drachenhelm. So, was haben wir dann noch hier? Nö, das ist eigentlich alles das Gleiche. Dann haben wir hier noch die Panzerhandschuhe des Generals der Menschheit. Und noch... Oh, hier, auf vier Sterne. Aber mit weniger als meine Beinschienen des Generalleutnants. Na gut. Cool. Jetzt sehe ich so aus. Habe ich hier Titel... Kampfzusammenfassung. Okay. Titelliste. Habe jetzt mutiger Banditentöter noch nicht freigeschaltet. Okay. Ich habe hier noch nichts freigeschaltet. Kampfzusammenfassung. Na gut. Ja, wenn man das denn so sehen möchte oder lesen möchte. Und dann gibt es halt hier noch ein paar Informationen, die ich mir noch durchlesen könnte. So, jetzt sehe ich hier erstmal... Erstmal sehe ich jetzt mal so aus. Ne, ich wollte ja die andere Waffe mal. Wow, nice. Okay, das ist richtig nice. Ja, Leute. Tutorial beendet. Tutorial Endboss ist halt wirklich ein Endboss. Muss man ja echt sagen. Also, ich glaube, dass das wieder für einige Diskussionen sorgen wird. So von wegen... Ja, Schwierigkeitsgrad. Warum gibt es keinen Easy Mode? Warum kann man den nicht einstellen? Ich habe locker jetzt anderthalb bis zwei Stunden an dem Kampf aufgenommen. Ihr habt ja nur ein paar Tries gesehen. Ich habe locker zwei Stunden an dem Kampf aufgenommen. Es ist wirklich von der Steuerung her ein wenig anders, als man es so von bisherigen Games aus dieser Kategorie kennt. Es steuert sich auch komplett anders als Nioh. Es ist also kein Nioh 3. Es ist was Eigenes. Es hat sehr viele Elemente von Sekiro mit drin, finde ich. Oder Sekiro. Sekiro, Sekiro, wie man es jetzt auch pro-announcen will. Es hat sehr viele Elemente mit drin. Wir müssen halt diese Leiste auffüllen, um dann den geladenen starken Angriff zu machen. Ich kann zwar Gegner auch runterzergen, aber effizienter ist es halt, diese Leiste zu füllen. Und das mache ich nicht durch Kontern, wie bei Sekiro, sondern durch Ausweichen. Und das ist natürlich immer so eine sekundengenaue Geschichte. Und das muss schon echt drin sein. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht, ihr lieben Freunde meines Kanals. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr bisher von dem Spiel? Ich finde es super interessant. Ich finde es schön, dass wir diesmal in der chinesischen Mythologie unterwegs sind. Und das hat doch alles sehr gefetzt. Also der Anfang war schön inszeniert. Ich finde jetzt so grafisch, ja, macht das Spiel jetzt, es reiht sich sehr gut in Nioh 1 und Nioh 2 ein. Die sahen ja optisch auch immer ganz cool aus. Grafisch ist es natürlich ehrlicherweise kein Next-Gen-Highlight. Dafür läuft es hier ziemlich sauber in 2K 60 FPS. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß gehabt und auf jeden Fall natürlich weiterzocken, weil ich will natürlich wissen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt hier auch unten noch ein paar Punkte zu verteilen. Da kann ich locker zwei, drei Level-Ups noch machen. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar Zauber lernen. Das werden wir uns dann alles anschauen in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf eure Kommentare und euer Feedback. Ich bin mega heiß auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch in diesem Sinne haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bebe, euer Hyuga.